Ich habe mich für das College entschieden, dass ich näher zu Gott komme, dass ich noch mehr von ihm erfahren kann und natürlich, dass ich viel von der Musik lernen kann. Ich durfte wirklich erkennen und lehren, dass Gott mich liebt und dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Ich erlebe das College so, dass es für mich herausfordernd, leidenschaftlich ist. Es begeistert mich die Vielfalt und wie wir hier ausgerüstet und zugerüstet werden für unseren späteren Job. Im Leadership und Life-Channel konnte ich meine Flügel weit spannen und lernen zu fliegen. Ich hatte einen neuen Freund kennenlernen dürfen, den Heiligen Geist. Ich darf jeden Tag mit ihm leben, er ermutigt mich, er zeigt mir den Weg des Lebens, er zeigt mir, wo ich wirklich in Fülle leben kann und das begeistert mich. Wenn ich Großes und viel einsetze für Gott, wird er Großes und viel für mich tun. Gott hat so viel mehr bereit, als du dir denkst. Ich binよね! Was ist das für mein Leben? Wenn dein Leben? Was ist es schon bei mir? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Vielen Dank.